Ich bin Harz UNTERTITELUNG SASS Leute, 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 ich entschuldige mich für diese wunderbar langweilige Kackaufnahme Moin und alles, willkommen zurück zu einem neuen Volke von Among Us hier, Hu, Ben Jöne Und wir sind heute hier für Bingele-Bangalobung Among Us Was, die nicht so sass sein, bitte Ey, fuck, warum bin ich eigentlich pink, Alter? Sorry, das ist heute so chaotisch, ist diese Anmeldung Was muss ich eigentlich machen? Ach Ach, komm, ihr fickt euch Oh, scheiße Ich hab keine Ahnung, wie diese Spiele funktioniert heute Übrigens, sorry, dass auf diesem Kanal so selten etwas kommt Ich hatte keine Zeit, mehr Videos aufzunehmen Oder bitte, wir hatten irgendwie keinen Bock, weil ich... Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr so wirklich Hier, ich wollte auch hier irgendwas machen, so Ich hab das Spiel doch jetzt schon seit Jahren nicht mehr gespielt Also actually seit einem Jahr nicht mehr Außentemperatur aufzeichnen Ich hab hier absolut nicht, wie dieses beschissene Spiel funktioniert Hier kann ich auch nichts machen Wo kann ich hier etwas machen in diesem blöden Game hier? Junge, wo ist die Karte? Komm, bring's hinter dich, du Wichser Ich hab's gesagt Warte mal, ist jetzt vielleicht mein Licht so dunkel hier? Naja, Leute Was soll ich machen? Ich hab schon so lange nicht mehr aufgenommen, Leute Sorry Sorry Oh, hier mein Dings groß Du bist tot Bürokarte-Scan Kann ich vielleicht endlich mal meine... Oh, hier mein Dings Oh, hier mein Dings Lass er halt's Maul, du bist tot, du Schlampe Tote Menschen reden nicht Dead Man, don't talk Das sind... Ben ist tot Dead Man, ach so Ey Nein, nein, nein Bei mir stammt da Killer Swaldi Ja, weil ich reportet hab Nein, bei mir steht der Killer Swaldi Ich lieg's total Darf ich mal erklären, wie scary das oben war? Ich bin mit Basti oben in den Lab Ich komm so hoch aus Deacon Oben hier hoch in den Lab Ich seh, okay, Basti ist am Teleskop So, er kommt runter Auf einmal kommt Lukas irgendwie hinzu Und Basti wendet einfach unten Ja, ich weiß, ich weiß nicht, was der Knopf macht Äh Ah, okay, ja Das hat in 30 Sekunden Cooldown dann Okay, ja Dann bist du Engineer Ja, wahrscheinlich Okay, äh, ich weiß Könnte aber auch ein Löwe Die Leiche ist seit 30 Sekunden ungefähr tot Weil ich hab auf Weitest Die Leiche ist seit 30 Sekunden tot Also die Leiche ist gestorben Selbstreport Selbstreport Sascha ist es Also entweder William sagt, dass Sascha ist es Ich hab Ich bin Scientist Ich war mit Tustern in Spassman Ich bin in der Tür stehen geblieben Kurt Da hab ich auf Weitest geguckt Ähm Da, äh, hab ich gesehen Dass Ben, äh, gestorben ist Äh, dachte mir so Die muss ich finden Wollte aber die Sas für dich aussehen Hab die Tas eben gemacht Bin dann rausgelaufen Lag, ähm, draußen vor Office Äh, rechts neben Weapon Rechts neben Weapon Also ungefähr Mal Ich muss mal überlegen Ich weiß nur Ich bin in Spassman gegangen Ich hatte Simon Says Bin dann hoch Und dann bin ich durch Deacon Und dann ist halt eben die Geschichte passiert Ich warte immer, bevor ich nach Office gehe Ja, was? Warte ich immer, äh Warte ich immer, bis halt ein Body gefunden wird Weil ich dann eh dort ausgelassen werde Sag jetzt bitte Controller weiter Ich bin halt zuerst da, ähm Ähm, hab wie viel Tast gemacht Dann bin ich nach, äh, dann war ein Projekter Währenddessen Nach oben Dann bin ich links rein in Leitz Da kam ich und dann war er auch noch Ich war dabei, glaube ich Wo war ich? Wo war ich? Wo war ich? Bei Leitz warst du? Äh, bei Leitz Da war ich, da wollte ich hochgehen Wollte das fixen Und dann kommt, äh Du und Juli mir entgegen Genau Dann bin ich rausgegangen Ich könnte, ich könnte zwei Leute proven für die Runde Einmal am, gegen Ende der Runde Basti Und Lukas Und am Anfang der Runde Da habe ich Lukas mehr Hallo? Wieso bin ich eigentlich immer Wieso bin ich eigentlich immer der Angearschte Wenn wir, wenn wir eine Runde zocken Immer bin ich der Jährste, der rausgeht Ach übrigens, guck mal Same für den Ende, für die Ende der Für das Ende der Runde Ich glaube am Anfang Ich habe heute noch nichts gegessen Ich war heute schon weg Und ich habe mir extra Mühe gegeben hier aufzuräumen Das ist alles nur Luke und Druck, die ganze Scheiße Der war am Anfang in O2 William Ja, der, äh William William Warte mal Ey, ich war nicht einmal, ich war nur in O2 Und dann bin ich wieder nach oben William Das heißt, Christian kann ich zu 100% proben Weil der, äh, als der Kill, äh, passiert ist, äh, war der bei mir Weil ich das sing konnte, zufällig Ähm Ich hab halt immer was darauf gekostet Also ich will einfach, was die Mindplay, dass er weiß, wie ein Engineer funktioniert Und hat das extra Mindplay Ey, Junge, wir haben schon mal zusammengespielt mit den neuen Rollen, Alter Also komm schon Ja, natürlich Dürftig was zu Benz sagen Also wer ist das? Kann man das mal ganz gut zusammenfassen Ja, du, äh, Lukas Und, äh, äh, Basti Weißt du, das kann auch einfach ein Self-Report sein? Nee, weil, pass mal auf Also erstens vermute ich noch eher, dass es ein Self-Report war, als dass es Basti war Weil der, äh, der hätte mich auch gesagt Der hätte mich auch gesagt Besser gewesen Ja, weil wenn der Kill-Kudon hat, wie lang war der Kill-Kudon? Hä? Bisschen behindert? Das ist doch Tristan oder Basti Ich glaube, das ist Tristan kann nicht selben, Tristan ist Self-Kudon Ich würde gerne auch was dazu sagen Ich habe Ben nur ein einziges Mal unten bei O2 gesehen Shit, ich bin in Berlin zu hergerannt Ganz genau, dich habe ich dann auch gesehen, wie du dann hoch, glaube ich, gegangen bist War best Er liegt zwischen Office und Rappen Es ist Sascha Ja, genau Lass erstmal skippen Ey, Junge, so kriege ich diese Folge So schnell voll Eine Runde, eine Folge Damals waren es drei Rollen, eine Folge Ich habe mich gebootet, habt mal Spaß Ja Warte! Oh mein Gott Oh mein Hähnchen Okay, so Ich wollte ja mit Kontrollerspielen Kann ich ja auch Bin der beste Kontrollerspieler ever Ich war jetzt in meinem Leben So Ähm L2 Komm sabotiert Mit Sammelsagen Bürokartescan Bürokartescan So, hier kann ich was machen Ja Willst du mich jetzt verarschen? Achso Sag mal, wieso ist eigentlich das mit dem Ü so immer hässlich? Ich hasse das Nur weil es ja im amerikanischen und englischen kein Ü hingibt Was soll die Scheiße? Mein Kontrollerspielen jetzt Hör mal Wieso war ich eigentlich so gelb hier? Ist die Kamera wieder auf Auto? Das kann eigentlich nicht sein Herr Schole hört nicht mehr auf zu vibrieren, was ist denn jetzt los? Der weltbeste Telekom Mitarbeiter, ich geh Äh, der ist seitlich tot Ich bin hart sass auf Sascha Ey Wir wissen Dass Sascha ein sehr sehr Gute Spezialist darin ist Zu killen Nachdem er die Likes sabotiert hat Wo war die Likes? Das war im Backen Das war im Backen Äh Ich habe Ähm Ich war halt ein Weil Und da hat mich Arsch gelacht Weil ich Ich hab gesehen Leitz aus Hab geguckt und hab mich in den Datum schon Ja, ich hab Ich hab's nicht Arsch gelacht Ich hab's auch selbst gesehen Ich hab's auch selbst gesehen Weil ich selbst auch drauf geguckt hab Nach meinem Datum Ich will Also mal ganz ehrlich Wie hoch war die Chance Von Scientist nochmal Wisst ihr das so? Ich hab keine Ahnung Wie ich das selbst eingestellt hab Keine Ahnung War das 80? Ich glaub ich 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 bin mir ziemlich sicher Äh, dass es Sascha ist Und er mit Scientist gleich Ja, aber Wo war Tristan die Runde? Darf ich das mal Tristan kann euch eh safen Von der letzten Runde Der kann das eigentlich Unmöglich gemacht haben Ja, das Problem ist Wenn du als Sas Person Tristan savest Ja Ja Ich Ich bin Ich weiß es nicht Erzähl mal Äh, dort runter Zu diesen Elektro-Dings gegangen Wo ich dann so So durch dieses Labyrinth Äh, dieses Ding geben muss Ja Ja Dann bin ich dort Durchgegangen Ich schick noch mal Basti So ein Erdnuss-Butter Typ Warte mal Wie heißen das dort ganz oben Wo man sich selber scannen kann Lab 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 Was sagt Lab 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 Mad Head Lab Lab Bad Mad Id dieses elektronische also ich habe diese kabel dann in diesen komischen kleinen raum dann gemacht ich gehe dann bin ich ja da habe ich dann die kabel gemacht und dann bin ich runter zu dem button gegangen und habe dort neben dem wo du sehen kannst wer tot ist und wer noch leute 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 ich entschuldige mich für diese wunderbar langweilige kackaufnahme bin ich dazu gekommen aber ich brauche das ganze kanal da habe ich dann sagen wie der zugegelaufen würde ich ja immer noch nicht wo tatsächlich einfach einfach weil wir wissen nicht ob ins besten wenn jetzt eine leiche war weil wir die leiche nicht bestimmt doch ja aber wenn wir gleich zu dritt sind wir auch am arsch ja richtig aber wir sind auch am arsch wenn wir jetzt falsch wollten ja richtig deswegen also jetzt gibt es noch ergänzen kann ist ich habe die komplette runde keinen gesehen gefakt außer sascha und lukas am ende ja ich gehe da so rein ich mache das elektrisch auf einmal ich habe keine luft mehr und das langweilig hier tief durch bitte ohne tief durch wenn ich kann mit willi kann ich mein handy bedienen weißt du was mich richtig öffnet und lukas team ja 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 das habe ich schon längst verstanden und ich irgendwo ich versuche es zu ignorieren ich rede die ganze zeit in meiner aufnahme wie langweilig diese scheiße ist wie langweilig jungen die teamen und dann und dann wirklich ist es so behindert ich spiele mittlerweile mit controller damit ich eine challenge ab hier ja wirklich artefakte packen ach so man muss es gedrückt werden ich verstehe mich ich kann mittlerweile mit controller spielen über bluetooth ist habe ich während der verbindungsscheiße noch verbunden ich weiß nicht mehr was ich dazu sage ich kann man bestimmte leute davon bloggen ein video zu sehen geht das scheiße wieso frage ich die ich bin der youtube-expert hier interessant ist tot ich war ja ich habe gesehen dass wir alle drei oben wart und habe gesehen dass das dann gerade erledigt leute ich glaube das ist die letzte aufnahme mit dieser drogenkonstellation kann man hier eigentlich auch leute für teaming reporten geht das was heißt einer von den beiden ja wir waren zusammen in elek einer von euch beiden ist es wer ist es ich mache das ja nicht aber wenn der sascha rausgeworfen wird werde ich sauer wenn du jetzt mich rotest legst du ich sag überhaupt noch nichts ich will eher mal hören warum ich mit lukas zusammen in elek war zusammen in elek war während das leid aus war und dann gleich von tristan er waren er war bei office ich bin sicher dass er auch das war kannst du das irgendwie proben das wäre nur interessant für mich zu wissen ich finde es interessant weil ich habe keine ahnung was jetzt ist also ich kann ja sagen was ich während des lichts aus ich bin halt oben bei lab habe ich meine letzten zwei tats gemacht bin dann durch den kontaminierung ich habe das letzte mal dass ich mit diesen leuten hier biko an ich will das nicht mehr ja entweder mute dich entmute dich oder ja doch zu heulen oder die haus vorsehen dann habe ich an admin drangeguckt habe gesehen alle drei sind oben da bin ich jetzt fixen alle drei oben das licht ich hab dann offen als scientist auf weitest geguckt habe dann gesehen dass tristan gestorben ist dachte so soll ich jetzt wenn keiner reported emergency kurz machen weil sonst hätte ich emergency knapp 5 sekunden oder so gemacht hättet ihr die nicht gesehen ja das ist jetzt halt wirklich irgendwie gescheuert das einzige was ich sagen kann ist dass lukas der einzige ist eigentlich weil er das ist absoluter witz hier alles das ist so ein ja das nutzt also ich weiß nicht wer jetzt das problem ist wer hat überhaupt ich glaube ich wäre sogar bei weitem eher sass als lukas wenn ich jetzt sage lukas ja lukas wollte er halt die ganze zeit ich hab den immer irgendwo gesehen in der ersten runde war es in no two in der zweiten oben im leer und in der dritten in elec ja ich freue mich jetzt mein zimmer auf das ist mir viel zu langweilig sorry leute warte doch jetzt ja warte doch jetzt ich denke scheiße langsam macht es keinen bock mehr ey wirklich in der zeit könnte ich was anderes machen ne also nur eine sache Hör mir mal kurz zu, also mittlerweile müsste man schon wissen, wer es ist und beendet bitte einfach jetzt die Runde schnell. Ich möchte ganz gerne endlich mal eine gesteite Aufnahme haben. Gut, dann vote ich jetzt auf den, der für mich am Mostass ist. Fertig. Vote dich doch selbst, du Hohenson! Okay. Okay, dieses. Das macht gar keinen Bock mehr, weil einfach die ganze Zeit geteamt wird, durchgehend. Warte, wie ich gestorben bin, ihr wart ja dabei, oder? Ja. War der Lukas daneben? Ja. Oh, mein Sohn, so ehrenlos. Der ist sogar an dir vorbeigelaufen. Warte, kurzer Lagen, Aufnahme? Sorry, Leute. Sorry. Weißt du, weißt du, wir sagen einfach nicht, wir voten die nicht, nur wir sagen jetzt die ganze Zeit, dass Julian oder Lukas Sass ist. Und wir teamen, okay? Na, wer hätte das jetzt schon wieder gedacht? Wer hätte das schon wieder gedacht? Ich hätte das überhaupt nicht erwartet, was uns jetzt passiert. Also, da ist da was ganz Dummes passiert. Ja. Ich bin mit Sascha zu Stabilizers hochgelaufen. Und ich habe aus Versehen statt Q auf Tab gedrückt, habe die Map geöffnet. Und der war zu weit weg, um ihn zu killen. Dann bin ich nach Lab rübergewendet. Und du hattest halt gerade, hey, dass du genau vor der Tür schlägst. Ich wollte das eigentlich nicht tun. Ich dachte mir so, der webe ich jetzt unbedingt. Ich wollte eigentlich, ja, ich wollte so sehr Sascha töten. Ich musste, Lukas. Ich musste wirklich. Ich hatte keine andere Möglichkeit. War das Teaming? Alter. Wir machen aber schon eine Ziele. Ich glaube, mein Herz ist doch nie so krass. Ab dem Moment, wo es sich... Hey. Gib mir meine Farbe zurück. Apropos. 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 Ich bin der grüne Busch. Der Busch, den kannst du ja nachschieben. Oh. Wie sieht das bitte mit Leim aus? Wieso bin ich eigentlich fucking rot? Und wieso kann ich dieses scheiß Ding nicht anklicken? Ich will rot sein, Busch. Warte, warte, warte mal. Ich kann das Ding nicht anklicken. Was witziges? Was witziges? Basti tatsächlich. Ich habe ihn in Spaceyman gekillt und der hat mir dann auf Discord geschrieben, dass er sich so heftig erschrocken hat. Oha. Alter. Hast du das gelesen, Lukas? Ja. Ich habe dir nochmal das geschrieben, was mit Basti war. Behindert oder so? Oha. Tja, seid ihr behindert oder so? Das schreibt ihr mir. Hallo, jetzt sag doch, warum du so angepisst bist. Ja, hab mir Angst, dass du nicht angepisst bist. Warum schreibst du mir das jetzt per DM? Ja gut. Ja, genau. Einfach so viel Angst, nicht mit mir zu reden. Oh mein Gott. Genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich schreibst ja lieber mich und ich bekomm es ja nicht mal mit. Kein Team. Junge, hallo. Lukas reden, wenn dann nicht schreiben. Ja, ähm, jetzt so, äh. Oh yeah. Dieses Mal. Let's go. Du musst dich hängen. Ich schreib mir da nicht so ein schönes Grafikfehler hier. Ich schreib mir da nicht so ein schönes Grafikfehler hier. Das ist die schwerste Aufgabe, die ich immer, äh, ich hab immer Kamera. Akku, ey. Leute, Leute, bitte, bitte abonniert diesen Kack-Kanal, damit ich mir endlich, damit ich endlich meinen Kanal monetarisieren kann. Damit ich mir endlich mal einen Phantom-Akku von meiner Kamera kaufen kann. Damit ich nicht die ganze Zeit hier meine, meine drei Akkus, äh, kaputt machen muss. Versteht ihr? Versteht ihr? Ich, 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 ich destroy hier für euch meine Akkus. Müsst ihr mal respektieren, okay? Ist okay. Warum? 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 Haben Sie schon wieder einen dummen Grafikfehler? Ich schlach gleich meinen Ich schlach gleich meinen Controller auf den Tisch Wieso mal nicht immer der alte Asstipp Hab ich hier noch irgendwas zu essen vielleicht Leer Ja Ganz genau Schon wieder Ich glaub das es Lukas ist Wieso Weiß ich nicht Was ist das? Oh Mann Ich glaub das es Juli Ich glaub das es Lukas ist Juli Sorry Ich habe alle außer Lukas und Ben gesehen Ja Ben ist auch tot Ja toll Er hat trotzdem Ich muss erklären wenn Sascha Sass auf mich ist Tut mir leid dass ich unterbreche Wenn Sascha Sass auf mich ist Bin oben aus dem Dropship raus Ich hatte Keys Links rum gedreht Bin in Elec oben rein Hab da meine Cables gemacht Bin runter Dann bin ich von unten rein in O2 quasi Da habe ich dann Basti und Tristan gesehen Ben habe ich nur am Anfang gesehen wie ich Coms fixen war Und ja dann habe ich halt unten mein Wasser aufgefüllt Ein paar Tasks gemacht Upload Tasks war dann in Communications Und dann war da Nicht Reporter Da war das Meeting Ja Ja Okay Wir wissen gar nicht Genau hast du jetzt nochmal gecalled Weil ich gesehen habe Dass Ben tot ist Ist das jetzt dein scheiß Ernst Ben bitte Wenn du tot bist Dann mute dich auch bitte Das ist doch die Regel vom Game Ja eigentlich ist auch die Regel Kein Team aber okay Wie kein Team mehr Was habt ihr denn jetzt mit Team Alter What the fuck Was für ihr Was Es nervt Wir befressen das mit dem Team Einfach nach der Runde Es nervt Wenn immer die ganze Zeit Leute Team Also es tut mir leid Dass ihr beide das jetzt am Anfang wart Aber es nervt einfach okay Aber ich Was bitte Okay Die denken dass wir beide Team Ja aber warum Bist du behindert? Digga ihr seid gesehen Wir sind eben zusammen rumgelaufen Ja wir sind eben zusammen rumgelaufen Ja du hast ihn umgebracht Und dann hat er nichts getan Er hat es gesehen Und hat es nichts getan Bitte was? Lukas war nicht einmal bei mir Wie ich gekillt habe Wenn du das Nein Nein Lichter waren aus Ja das Lichter waren aus Also Also dann Lukas Also du kannst mir nicht erzählen Dass du Julian vor zwei Sekunden gesehen hast Dann weiter nach links gehst Dann wieder zurück Junge es ist doch jetzt egal Komm Willst du jetzt ernsthaft deinen Spielspörster durchrauben lassen? Komm jetzt mach einfach weiter Spielspörster? Er sagte es Ich spielspörster Warum hast du Warum hast du Meeting gemacht? Ich habe Meeting gemacht Ich bin Scientist Hab einfach drauf geschaut Also auf das Tablet Dann habe ich gesehen Ben ist tot Wo die gleich liegt Ich habe Ich weiß es nicht Ich weiß es gar nicht Bis zu Wie lange hast du das Tablet oben gehabt? Ich weiß dass der Cooldown vier Sekunden ist Und bei zwei habe ich es dann wieder geschlossen Sehr wichtig Okay gut Also du bist dann vertraulich irgendwie Ist zwar kein Anhaltsbuch Aber du bist dann vertraulich Okay Dann Basti Warum bin ich sass für dich? Weiß ich nicht Okay Guter Punkt Wollen wir jetzt Kippen und wieder einen sterben lassen Oder machen wir diese Taktik jetzt nicht? Lass skippen For real Ich habe Basti gesehen Und Tristan Der Rest Ben habe ich ganz am Anfang gesehen In den Combs Ich habe keinen Ich skippe sowieso Ich bin tot Ich kann nicht Imposter sein Merkst du was? Ich habe gesagt Dass ich am Anfang In den Combs gesehen Habt du Voll in der Ben Du bist Imposter Es ist doch klar Außer bist du tot Deswegen darfst du dich auch nicht ammuten Stimmt ja Ich bin immer noch dafür Ist ja so komisch Ey ich habe Wir doch vergessen Wer das eigentlich ist Deswegen kann ich eigentlich reden Lukas darf ich die Wie ist das mit Server muten? Die Leute die tot sind Nein 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 Wir dürfen auch Von hier Kontrolle Flieg Ja Hilf dich Juli Ich kann das nicht mehr 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 Ey Junge Das ist zu viel für mich die ganze scheiße ganz for real ich habe keine lust mehr ich mache noch diese runde fertig ich habe ich habe gleich die folge voll diese runde und dann habe ich die folge voll drüber stehen und dann schön dass die brunnen der lava leute warum soll ich hier überhaupt noch aufgaben machen das hat sowieso alles keinen sinn mehr ich werde das aber trotzdem tot schneid aber jetzt die ersten zwei folgen raus und tollen die beiden ist mir so scheißegal nein das kriege ich stress mit denen lasst du denn damit stress kriegen weil ich auch was gesagt habe ich habe da keinen bock mehr drauf junge wurde gesagt ich darf auf das ist doch erst mal ganz kurz stop 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 lasst mich ganz kurz ausreden ja ich habe ich habe report also das nicht bitte ganz kurz erklären ich bin durch lab also ich habe oben in lab erst lukas fast die sascha und tristan gesehen ich bin mit sascha hochgegangen der hätte mich eigentlich abschlitzen können dann war ich unten in spaceman mit tristan wo das licht die ganze zeit außer der hätte mich auch um schnitzeln können dann bin ich unter in office jetzt sagt er noch um schnitzeln das passiert ist habe ich nichts gegessen und ich habe mich dazu entschieden seine kack aufnahme zu machen gekommen und seine leiche liegt oben auf dem scanner in mit mir ja okay darf ich kurz meine story ja doch so ich war am astroiden an abschließen habe meine task gemacht dann ist auch fast auf einmal ich werde dazu lukas ich denke so hat jetzt was ich noch nie im projekt fertig gemacht haben noch nie ein projekt fertig gemacht noch nie haben noch nie ein projekt fertig gemacht in dieser konstellation wir haben noch wo julian dabei waren wir noch nie ein projekt fertig gemacht wird in minecraft projekte nie fertig gemacht noch nie das muss zu dem ergeben wir haben 50 minecraft projekte gemacht und wir haben davon mit keinem alles durchgespielt gar nicht noch nicht mal den ender dragon haben wir umgebracht es ist immer zu bescheuert oder weiß ich kann nicht mehr sekunde es war es ist aber auch schon ein bisschen sass das wollte ich ansprechen wenn wir jetzt nicht zu dem entschluß gekommen wäre dass du hast die abgestoßen und jetzt log in raus da bevor ich sage wie heißt denn das ich kann meine suppe aufmachen ich will nicht mehr und das bin ich war ist schon sass ich hatte so schiss wie ich betrifft dann oben im lap und das leite ausgegangen ist ich hatte so schiss als ich in office mit dir war also ich dachte erst das wäre basti wirklich der imposter wäre weil ich nicht wusste dass er tot ist ich wende so und denke mir so kommt er jetzt hinterher er kommt so hinterher ich habe ganz vergessen wer das jetzt überhaupt war weil lucas war leute hört mal hast du jetzt hast du willhelm william ich habe hier magi ravioli in tomatensoße mit fleischhaltiger erfüllung ja ich habe noch nichts gegessen ich wollte das eigentlich essen aber dann wurde ich zu einer aufnahme eingeladen du musst auf player kam genau ich finde es aber ich erwische auch nur so lukas ich erwische nur lukas so das ist das zweite mal dass ich dich erwische beim tötchen ich call ich werde jetzt also nicht weil ich töten aber das warte bevor jetzt wieder anfangen lass mich bevor du bevor du jetzt die nächste runde steigst lass mich kurz intro machen okay